Die Konfiserie Berger, angesiedelt in der Region Münsingen und Umgebung, ist ein klassisches Bäckerei, Konditorei, Konfiserie, Familienunternehmen mit Kaffeebetrieb. In der Bäckerei werden jeden Tag aufs Neue Teige zu Broten, Gipfeli, Weckli und vielem mehr aufgearbeitet, um ein genüssliches Frühstück zu garantieren. In der Konditorei können wir unsere Kreativität täglich freien Lauf lassen, um sie mit frischer Tageskunst wie Torten, Patisserie, belegten Brötchen und vielem mehr zu verwöhnen. In der Konfiserie werden alle unsere Schokoladenprodukte wie Pralinen, Trüff, Schokoladentafeln, Spezialitäten in liebevoller Handarbeit hergestellt. Unsere Läden und Cafés sind für jedermann. Von morgens bis abends können Sie bei uns Köstlichkeiten geniessen, gemütlich beisammen sein, die Zeitung lesen oder mitten in der Hektik einfach abschalten. Unser Bestreben ist es, Ihren Wünschen gerecht zu werden, damit Sie als zufriedene Kundin und zufriedener Kunde unser Geschäft gerne wiederaufsuchen. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank!